und dann in einem moment der sich endlos hinzuziehen schien in harrys wahrnehmung hob snape den zauberstab und sprach den todesfluch er wußte nicht was er erwartet hatte nicht das nicht daß dumbledore plötzlich zusammensackte leblos ohne einen funken magie in den augen auf seinen alten teppich fiel machen sie dass sie wegkommen potter schnarrte severus aber das brachte harry wieder in die wirklichkeit zurück er hat ihnen vertraut sie sind ein mörder ein mörder tränen blendeten ihn unkontrolliert was er sagte war sinnlos aber es kümmerte ihn nicht er zog den zauberstab und feuerte einen fluch auf snape los aber dieser blockte ihn mühelos und beförderte harry unsanft gegen ein bücherregal törichter junge ich habe getan was getan werden musste und auch du hast etwas zu tun snapes stimme klang merkwürdig belegt aber das fiel harry gar nicht mehr auf in grenzenloser wut sprang er auf wollte snape wieder angreifen er wollte ihn quälen ihm wehtun er wollte ihn vernichten aber der professor war bereits verschwunden verzweifelt sank harry neben dumbledore auf den boden und begann hemmungslos zu schluchzen er beugte sich über die leiche ungläubig und fassungslos und fähig irgendetwas zu tun oder sich von der stelle zu bewegen bis seine narbe plötzlich in unerwarteter heftigkeit zu brennen begann ein ekelhaftes gefühl erfüllte ihn dunkler und schrecklicher als es jemals zuvor gewesen war ich weiß sprach plötzlich eine stimme so kalt und ekelhaft dass es harry bis in die tiefen seiner eingeweide erzittern ließ sie schien überall wieder zu halten in ihm um ihn herum dass ihr vor habt zu kämpfen dass ihr entschlossen seid euch mir entgegen zu stellen ihr denkt ihr tut das richtige doch lasst euch von mir sagen es ist sinnlos ihr werdet diesen kampf verlieren ihr werdet die verlieren die euch wichtig sind doch harry und ich spreche jetzt direkt zu dir wenn du dich mir auslieferst dann werde ich den angriff augenblicklich abbrechen bis dahin werde ich nicht zurückschrecken jeden zu töten der sich auf deine seite stellt bis auf den letzten mon die letzte frau und das letzte kind wenn du es beenden willst komm in den verbotenen wald komm zu mir wenn du die retten willst die du liebst allein harry war innerlich taub er fühlte nichts mehr vom kopf bis in die zehenspitzen war alles in ihm ein einziges schwarzes loch jetzt wo er wusste was er tun musste jetzt wo er wusste was passieren würde wenn er es nicht tat gab es kein zurück und kein wiedersehen draco hatte hermine sofort das pergament aus der hand gerissen potter war so ein verdammter idiot er kannte ihn er kannte diesen verfluchten trottel viel zu gut er wusste es er wusste es er wusste was harry tun würde das konnte er nicht zulassen das durfte nicht passieren Hermine protestierte Malfoy er hörte sie nicht hektisch suchte er auf dem pergament nach harrys namen er fand ihn am schlossportal und er bewegte sich schnell Ron packte ihn am arm komm dich auf die idee ihm hinterher zu laufen Malfoy als Malfoy sich erzürnt zu ihm umdrehte sah er dass Tränen in Weasleys Augen schimmerten tu das nicht seid ihr vollkommen verrückt rief draco die ganze zeit macht ihr mir vorwürfe wie feige ich bin und was tut ihr jetzt was soll das ich glaube harry hat etwas herausgefunden meinte hermine es war eine vermutung ich habe es nur Ron erzählt wie bitte was Ron schluckte als wir in der Bibliothek waren gestern weißt du es besteht die Möglichkeit dass harry selbst ein Horcrux ist draco sah sie an als wären sie vollkommen übergeschnappt ihr habt sie doch nicht alle flüsterte er und spürte bereits wie ihm wieder die Tränen kamen sie drängten sich in seine Kehle hinauf brutal und ohne Rücksicht warum sagt mir das keiner warum ist das draco hermine wollte ihm die hand beschwichtigend auf den Arm legen aber er schüttelte sie ab nein das könnt ihr nicht mit mir machen lass mich wir müssen harrys entscheidung akzeptieren sagte hermine und ihre stimme zitterte so sehr dass draco glaubte sie würde jeden moment den Tränen ausbrechen er ist unser freund er tut das richtige für uns das ist idiotisch keifte Malfoy das ist absolut idiotisch in dem Moment brach eine erneute Unruhe im Schloss los alle begannen in die unterschiedlichsten Richtungen davon zu laufen und mit nur einem weiteren Blick erkannten sie dass Todesser bereits in das Schloss gelangt waren Voldemort musste die Schutzzauber entfernt haben wir müssen die anderen beschützen sagte Hermine mit fester Stimme so lange bis Harry im Wald ist draco stand auf und biss sich auf die Lippen die Fäuste geballt das war also der Krieg er hatte nicht daran geglaubt dass Harry ihm noch vor wenigen Stunden gesagt hatte dass einer von ihnen sterben könnte und nun sollte es bereits soweit sein und er konnte nichts dagegen tun absolut nichts nein er konnte nicht aber das hieß nicht dass er gar nichts tun konnte er würde sich nicht weiter einen Feigling schimpfen lassen keinen Tag keine Stunde keine Sekunde länger mehr Harry hätte gewollt dass er kämpfte und dass er dafür sorgte dass niemand verletzt wurde er wusste nicht wie wichtig es ihm wirklich war wie wichtig ihm andere wirklich waren aber er wusste dass Harry ihm wichtig war und damit auch alles was für ihn etwas zählte und wenn diese Leben für ihn so viel zählten dass er sein eigenes dafür geben wollte dann würde er sein Bestes tun sie zu schützen um sie herum war binnen Minuten ein Kampf entbrannt ein Kampf dunkel gegen hell gut gegen böse man konnte kaum noch gerade aussehen ein Fluch jagte den nächsten Draco rannte durch die Gänge wehrte Zauber ab und suchte jemanden den er kannte er beförderte einen Todesser der sich gerade mit einer Sechsklässlerin duellierte aus dem Fenster und rannte weiter verdammt da sah er Fred und George Weasley die sich gemeinsam mit einem anderen Weasley ein paar Todessern entgegengestellt hatten sie duellierten sich gut die beiden waren geschickte Kämpfer aber die Todesser schienen in der Überzahl wäre Draco einen Moment später aufgetaucht hätte er den Zauberer nicht mehr aufhalten können der jetzt seinen Zauberstab auf Fred richtete als der gerade mit Figness zugange war er stürzte vor und beförderte ihn mit einem Schockzauber gegen eine Wand als der den Todesfluch schon zur Hälfte ausgesprochen hatte Ron kam hinter ihm zum Stehen legte ihm keuchend eine Hand auf die Schulter Melanie Malfoy danke mit der Verstärkung durch Ron, Hermine und Draco schafften sie es die Todesser erst einmal in die Enge zu treiben und machten sich auf in Richtung große Halle wo sich einige bekanntere Todesser Kämpfe mit Mitgliedern des Phoenix Ordens lieferten Malfoy sah Mrs. Weasley die sich mit Bellatrix duellierte gerade noch in dem Moment in dem seine Tante in tausend kleine schwarze Fetzen gerissen wurde und es war eine unendliche Genugtuung ein Fluch von links verfehlte ihn nur knapp Draco floh hinter eine Ecke und schielte nach seinem Angreifer es war Greyback Fenrir dieses Schwein das kleine Kinderangriff er duckte sich aus seinem Versteck und feuerte einige Schockflüche auf ihn ab Fenrir lachte dunkel auf jenes irre Lachen das Draco manchmal schaudern durch die Wände seines Haushallen gehört hatte und unbändige Wut ergriff ihn mit gefletschten Zähnen trat er ihm gegenüber und schickte ihm einen Stupor nach dem anderen auf den Hals bis Greyback es schließlich nicht mehr schaffte zu parieren und mit voller Wucht gegen die massive Mauer des Schlosses klatschte gerade als Draco näher treten wollte um ihn noch einmal anzugreifen spürte er es dass sich etwas verändert hatte die Todesser zogen sich zurück einer nach dem anderen alle die es schafften manche wurden doch auf der Flucht niedergestreckt etwas war passiert Draco wandte sich wieder um aber auch Greyback war spurlos verschwunden der Wehrwolf hatte sich schneller aus dem Staub gemacht als er gedacht hatte das Chaos war greifbar um ihn herum in ihm was war geschehen seine Brust fühlte sich eng an er dachte an den Abend zuvor er dachte daran dass der Moment in dem er Potter zuletzt gesehen hatte vollkommen belanglos gewesen war dass alles so schnell gegangen war war das ein Abschied ohne Abschied er hatte ein so schreckliches Gefühl war Harry gestorben bitte nicht nein dachte er bitte alles nur das nicht Potter Potter du verdammter Idiot er schluckte er schluckte Tränen eine erneute Bewegung ging durch die Menge und alle begannen nach draußen auf den Hof zu laufen irgendjemand war ihnen vorangegangen offenbar hatte er etwas gesehen ganz offensichtlich tat sich da draußen etwas Draco fühlte sich benommen als hätte man ihm auf den Kopf geschlagen er wollte ihnen folgen seine Beine wollten sich nicht bewegen sie waren wie Schraubstöcke in den Boden verwurzelt und er fragte sich wann er sich zuletzt so taub gefühlt hatte er wollte nicht daran denken was auf ihn zukam er wollte nicht daran denken was er vielleicht zu sehen bekommen würde trotzdem dennoch setzte er sich langsam in Bewegung und folgte wie im Trost der Menge nach draußen alle standen vor dem Schloss aufgereiht als hätte sie jemand dazu angewiesen und sahen nach vorn zu der Brücke was war dort was er erblickte Hermine und Ron und wie automatisch ging er zu ihnen und stellte sich neben Hermine wo sollte er auch sonst hin Menschen die ihm nicht wirklich nahe standen und doch standen sie ihm jetzt am nächsten sie sah ihn an ihr Blick war angsterfüllt traurig es machte ihm Angst dann verbarg sie das Gesicht wieder in Rons Schulter eine große Menge Todesser kamen über die Brücke allen voran Voldemort neben ihm war der Wildhüter Hagrid und er trug Draco stockte der Atem nein nein er war wie gefangen in sich fühlte so wenig und gleichzeitig so viel dass es ihn wunderte dass er noch auf zwei Beinen stand Stille überschattete das Schlachtfeld bedrohliche grausame Stille Voldemort trat in die Mitte er nahm den ganzen Platz ein die Aufmerksamkeit aller in der Menge hinter ihm sah Draco seine Mutter Harry Potter ist tot verkündete er Hermine schluchzte neben ihm auf und Ron biss sich verzweifelt auf die Lippen ein ungläubiges Raunen ging durch die Menge und in diesem Moment glaubte Draco wirklich umfallen zu müssen wie konnte er stehen wie warum trugen seine Beine ihn noch es war unmöglich dass sein Körper die Kraft dazu aufbrachte Wut Trauer Schmerz wie konnte man all das fühlen nein er fühlte nur Wut dieses Gefühl überschattete alles nichts er hatte das Gefühl dass es nicht sein konnte dass dies etwas war was man nicht rückgängig machen konnte es musste möglich sein Malfoy realisierte im Sekundentakt immer und immer wieder dass es nicht so war und dieses Gefühl schien ihn jedes Mal tiefer in die Verzweiflung zu stürzen nein schrie er wollte losrennen und das alles ungeschehen machen auch wenn er wusste dass er nichts tun konnte Ron fasste ihn gerade noch am Arm packte ihn fest bestimmt aber Draco konnte seinen Arm zittern spüren Malfoy 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 nein Draco ließ sich von ihm festhalten er fühlte sich entkräftet Harry Potter ist tot hörte Voldemort nochmals wie um Draco zu widersprechen nun ist der Moment gekommen in dem ihr eure Gefolgschaft wechseln werdet kommt zu mir und schließt euch mir an alle die das nicht tun werden sterben erneut legte sich Stille über den Platz dann hob sich eine Stimme daraus hervor Draco seine Mutter Draco kommt zu mir bitte Malfoy wollte sich die Ohren zuhalten er wollte sie nicht rufen hören niemals er bemerkte nicht wie ihm die Tränen weiße Spuren auf seine schmutzigen Wangen zeichneten wie alle ihn anstarrten seine Lippen zitterten Neville war vorgetreten all das er bekam es nur noch wie durch einen milchigen Schleier mit dass er irgendetwas sagte dass es noch nicht vorbei war Harrys Herz hat für uns geschlagen rief er für uns alle Draco meinte dass ihm das Herz stehen bleiben müsste er dachte an all diese kleinen Momente zwischen ihnen Harrys Herz hatte auch für ihn geschlagen warum auch immer eigentlich hatte er das gar nicht verdient in seinem Kopf war alles ein einziges Chaos aber gleichzeitig merkwürdig erstickt als hätte jemand mitten in dem Durcheinander die Zeit angehalten und dann plötzlich ging ein Aufschrei durch die Menge ein Raunen Hermine und Ron liefen los und Draco zwang sich durch den Schleier der sich um ihn gelegt hatte zu sehen aufzublicken und zu sehen was geschah er sah ihn gerade noch einen kurzen Moment bevor er sich hinter eine Mauer duckte um nicht von Voldemorts Fluch getroffen zu werden Harry lebte er war nicht tot er war am Leben George kam auf Draco zugestürmt seine Schulter war frisch einbandagiert seine gesamte Kleidung in den Blut verschmiert aber anscheinend hatte man ihn nur an der Schulter wirklich erwischt er packte ihn und drückte ihn in eine Umarmung die Draco glauben ließ seine Knochen würden jeden Moment zerbersten du hast Fred gerettet rief er und fast glaubte Draco zu hören dass er weinte ich danke dir ich danke dir ich woher stammelte Draco und hatte Mühe zu atmen Ron hat es mir gesagt ich habe es gar nicht mitbekommen bei Merlin er ließ wieder von Draco ab hätte nicht gedacht dass ich mich jemals bei einem Malfoy bedanken muss Malfoy wollte etwas sagen dass es ungerechtfertigt war dass er nicht mehr getan hatte als alle anderen im Schloss dass es unangenehm war einen Dank von einem Weasley zu empfangen aber in diesem Moment erblickte er Harry der in die Halle kam leicht humpelte dreckig und blutig aber lebendig Draco war noch nie zuvor so sehr aufgefallen wie gut er aussah wie gut er in seinen Augen aussah wie gut wenn er so voller Leben war er sah an George vorbei der längst bemerkt hatte dass er seine Aufmerksamkeit verloren hatte Malfoy ich weiß ich kann rührend sein aber aber warum heulst du jetzt George drehte sich in die Richtung in die Draco sah und erblickte Harry Malfoy wischte sich mit der Hand übers Gesicht er hatte es wieder einmal gar nicht bemerkt Harry hatte ihn ebenfalls gesehen er war stehen geblieben lächelte schief als wollte er sagen oh Entschuldigung hab ich dir Sorgen gemacht das wollte ich nicht bei Salazar er trat auf Potter zu einen energischen Schritt und packte ihn am Kragen du verdammter Bastard wie kann jemand nur so ein riesen Trottel sein wie du dann ließ er ihn los und fasste ihn in eine ebenso knochenbrechende Umarmung wie George ihn vorhin du Vollidiot er spürte Harrys Hände auf seinem Rücken und er murmelte immer wieder tut mir leid tut mir leid tut mir leid wirklich tut mir leid Draco entschuldige Draco entschuldige George trat neben sie grinsend meine Güte ihr beide Harry grinste zurück er kann halt nicht ohne mich schlaubend ließ Draco ihn los und stieß ihn spielerisch gegen die Brust du bist wirklich unsensibel Potter sind die ein paar Georgie fragte Fred der sich zu ihm gesellt hatte und lehnte sich an die Schulter seines Bruders Harry verdrehte die Augen packte Dracos Gesicht und küsste ihn in einem wunderbar erlösenden Moment in dem sie realisierten dass es vorbei war dass es endlich vorbei war und dass sie es beide überstanden hatten wenn ihr es genau wissen wollt meinte Harry als er sich von ihm löste ist ja jetzt wohl ersichtlich unterbrach Draco ihn und sah die beiden Zwillinge provokant grinsend an die jetzt noch breiter lächelten ihr solltet euch lieber mal umschauen das wird zweifellos die Schlagzeile nach dem Sieg über Voldemort versteht sich ja das würde es aber zum Glück war Rita Kim Korn noch nirgends zu sehen so das war es das offizielle Ende der Geschichte das Ende praktisch einer Ära nach über einem Jahr gelesen es kommt irgendwann noch ein Epilog mit ein bisschen nachgeplänkel es haben sich auch ein paar Leute gewünscht aber wie lange es bis dahin dauert weiß ich noch nicht also könnt ihr das jetzt erstmal als das Ende dieser Geschichte betrachten natürlich nicht als das Ende im Allgemeinen es wird noch sehr sehr viele Geschichten geben darauf könnt ihr euch verlassen ich bedanke mich bei allen die so lange dabei geblieben sind die mir Kommentare geschrieben haben die ich immer gern gelesen habe und einfach bei allen die mir gerne zugehört haben es hat mich wirklich gefreut für euch vorlesen zu dürfen und ja eine kleine Sache noch ich bin jetzt Mitglied bei einer Webseite namens Kofi die findet ihr in meinem Profil verlinkt falls ihr jemals das Bedürfnis verspüren solltet mir Deutsch beizubringen könnt ihr das versuchen aber auf dieser Webseite könnt ihr falls ihr euch irgendwann mal bedanken wollt und gerade ein bisschen Kleingeld übrig habt einen Kaffee spendieren das finde ich ein ganz süßes kleines Konzept und natürlich werde ich euch kein Geld aus der Tasche leiern hier wird es genauso viele Geschichten geben absolut bedingungslos und kostenlos aber noch wer sich mal bedanken möchte ein Kaffee ist bei mir immer gerne gesehen so damit bedanke ich mich für alles auch für zukünftige Getränke und wünsche euch noch einen schönen Abend gute Nacht bis zum nächsten Mal